Ich bin Conor Astrup, der Geschäftsführer und Programmleiter der Flensburger Hofkultur. Und wer war denn schon mal hier im Hof? Also doch ein paar. Der Rest war also noch nicht hier. Wie viele Flensburger haben wir? Da wurde es ja doch einige. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Applaus 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 Applaus